Arshad Vazi ist ein indischer Bollywood-Schauspieler, Leben. Sein Schauspiel-Debüt machte er 1996 in dem Film Tere Meere Sand, der aber kaum Geld einspielte. Es folgten weitere erfolglose Filme, bis er den Durchbruch mit dem Film Mona BHAIM-BBS schaffte. Seitdem hat er in vielen erfolgreichen Produktionen mitgespielt wie Hulchul, Hochzeit, Nein Danke, Mein Pü Aki Unkir, Golmal, Kabul Express und Lage Rahomona BHAI. Arshad heiratete am 14. Februar 1999 Maria Goretti. Sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Sikwasi geboren am 10. August 2004. Filmografie 1996 Tere Meere Sand 1997 Betabi 1998 Meredoan Moeratan 1998 Hero Hindustani 1999 Hogi Pü Aki Yet 1999 Trishakati 2001 Mujemere Bivis e Bachao 2001 Yet Engehum 2002 Jani Duschmen 2003 Weissa BHAI Hutta Hai Part 2 2003 Mona BHAIM-BBS 2004 Hulchul Eine Verrückte Love Story 2005 Kuchmita Hojaye 2005 Mein Pü Aki Unkir 2005 Seah 2005 Hochzeit Nein Danke 2005 War Live OTH AISI 2006 Golmal 2006 Lage Raho Munna Pai 2006 Kabul Express 2006 Anthony Kaunhai 2007 Gol 2007 Damal Auszeichnungen C-Cine Award Bester Komiker für Munna Pai im BBS Bollywood Movie Award Bester Nebendarsteller für Munna Pai im BBS GIFR Bester Komiker für Hulchul Filmfare Award Bester Komiker für Lage Raho Munna BHAI Starscreen Award Bester Nebendarsteller für Lage Raho Munna BHAI Déstor Finanz Und in die Bibel Déstorene 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 Déstorene